Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Zahlreiche Verbraucher haben in Deutschland bereits mit massiven Nachzahlungen für Strom und mit gestiegenen Abschlagszahlungen zu kämpfen. Jetzt gießt E.ON-Chef Leonard Birnbaum noch Öl ins Feuer. Er rechnet damit, dass 2024 höhere Entgelte für Energie auch als höhere Preise an die Kunden weitergegeben werden. Es handele sich dabei um politisch bedingte Aufschläge. Diese würden alle Versorger an die Gas- und Stromkunden weitergeben müssen. Vielleicht nicht sofort, aber wohl in den kommenden Monaten, sagte er der Rheinischen Post mit Blick auf die Erhöhung der Mehrwertsteuer beim Gas und den Wegfall der reduzierten Netzentgelte der Übertragungsnetzbetreiber beim Strom. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Birnbaum erwarte auch nicht, dass die Preise mittelfristig wieder auf das Niveau vor dem Ukraine-Krieg fallen werden. Zwar kostet die Stromerzeugung durch Wind und Solar vergleichsweise wenig, aber die Absicherung für Windstille, dunkle Tage durch Speicher oder neue Gaskraftwerke erhöhe dennoch die Kosten der Versorgung insgesamt. Ein Risiko sehe er zudem in einer Eskalation der Lage im Nahen Osten. In dem Fall würde nicht nur der Ölpreis durch die Decke gehen, sondern auch der für Gas und für Strom, sagte Birnbaum der Zeitung. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal.